Hey ho und willkommen zu diesem doch sehr wichtigen Video. Das letzte Video ist ja doch schon etwas länger her und einige auf Adrondal haben es ja schon im Forum gegebenenfalls mitbekommen, dass wir die administrative Leitung von unserem Minecraft-Server abgegeben haben, um halt unter anderem auch etwas mehr Zeit zu haben, Videos zu machen. Und schwierig ist es momentan halt so ein bisschen gewesen, da der Content von unserem Kanal, der Kanalschwerpunkt quasi immer Minecraft war, auch anhand unseres Kanalnamens und entsprechend der Channel-URL. Und diese Minecraft-Videos, die ihr ja in den vergangenen Jahren mitbekommen habt, waren ja nicht unbedingt immer nur Let's Plays oder quasi einfach nur Mitschnitte von Spielaufzeichnungen, sondern hatten unter anderem ja auch einen gewissen Aufwand, der davor betrieben werden musste nach dem Motto, was nehmen wir auf und so weiter und was zeigen wir davon. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren immer mehr Lust bekommen, Videos zu machen eigentlich, die nicht unbedingt mit dem Minecraft-Thema zu tun hatten. Das war allerdings nicht möglich, auf unserem Minecraft-Kanal zu zeigen, da wir ja aufgrund unseres Channel-Namens bzw. wie gesagt der URL ein bisschen an diesem Thema gebunden waren. Und das Ganze passte halt nicht unbedingt zu unserem Kanal-Konzept. Natürlich ist so ein Kanal unbenennbar, allerdings bleibt diese Channel-URL, die man einmal festgelegt hat, immer bestehen. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Kanalnamen ein bisschen generischer hätten gestalten wollen, dann hätten wir aber immer noch die URL, die auf Let's Rock Minecraft verweist und das wäre uns so ein bisschen immer so ein Stein im Schuh gewesen. Daher haben wir jetzt sehr lange überlegt und haben uns dazu entschieden, einen neuen Kanal zu erstellen, wo wir halt die Sachen hochladen, wo wir neben Minecraft natürlich auch noch andere Sachen machen können. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir auf diesem neuen Kanal kein Minecraft mehr zeigen, allerdings wird das nur ein Thema neben vielen anderen sein. Zum Beispiel wollen wir Spiele spielen, die wir früher gerne gespielt haben oder spielen wollten, aber es leider nie geschafft haben oder Zeit dazu hatten. Das dauert allerdings noch ein bisschen, bis wir da den richtigen Content hochladen. Wir müssen hier und dann noch ein paar Schrauben einstellen, aber wir wollen dann in Zukunft starten und würden uns freuen, wenn ihr uns dort unterstützt und uns auch abonniert. Den Kanal haben wir euch unten mal verlinkt und wir würden uns freuen, wenn wir euch in unserem neuen Zuhause begrüßen dürfen. Mensch, das klang ja gar nicht abgelesen. Das hört sich auch ab. Ja, das war der Witz dabei. Was noch? Haha. Tschüss. Und... Tschüss. ithريbe Untertitelung des ZDF, 2020